Ja, wer war dieser Hostal Baumeister? Er war 1934 in Aachen geboren, für mich einer der ganz großen Fotografen der 50er, 60er Jahre, in späterer Zeit bekannt als Laserkünstler. Er hat ja an der Documenta 1977 mitgewirkt. Sein fotografisches Werk ist weitgehend in Vergessenheit geraten, aber er war um 1960 tatsächlich ein Shootingstar der deutschen Fotoszene.